Bei mir sieht es immer noch gleich aus wie vorher. Bei mir nicht. Warte. Eins, zwei, drei, vier. Fünfte und das schräg davor. Aber hier, guck mal, hier hast du noch irgendwie einen Schalter. Warte, warte. Ich weiß. So, jetzt müsste es sein. Äh, nein. Nicht. Ja, und jetzt... Ja, mach wieder zurück. Ja, so, und jetzt noch direkt... Jetzt laufen wir zur Wand. Andere Wand. Nein, andere Wand. Ja. So, stimmt's. Ja. Was kann das andere bitte für ein Licht sein? Scheiße, du könntest das auch auf dem Kopf lesen, ey. Leck mir die Eier. Äh, wie? Du könntest dann lesen, Eis, zwei, irgendwas, fünf, null oder null, fünf, irgendwas, zwei, eins. Kannst du beides lesen. Oh, nö. Okay, dann ist das wahrscheinlich... Was ist das? Egal, probier mal, mach mal, mach mal das hinter mir den vier und ich geh mal kurz hoch. Warte. Diktier. Ach du Scheiße. Also, Juli, das eine wäre... Also, Juli, das eine wäre... Ui, zwei, zwei, irgendwas, fünf, null. Ja. Und das andere? Das andere ist 0,5, irgendwas, zwei, eins. 0,5, irgendwas, zwei, eins. Naja. Decking. Was hast du jetzt an dem irgendwas mal eingesetzt? 4. Decking. Ne, das ist falsch. Du bist mal... Okay. Ups. Das Ding heißt Lighting. Was hat... Was hat der andere Hebel hier zu sagen? Welcher? Hier. Und warum ist da eine Leiter davor? Wo denn? Hier, guck. Vielleicht müssen wir die Dinger an der Wand wegkriegen. Und die Dinger auf dem... Ah, ich weiß wie. Warte mal kurz. Okay. Sekunde. Guck mal auf dem Boden. Ja. Bei dem Hebel. Bei dem Hebel. Ja, da wo du grad... Ist das Licht auf dem Boden aus. Nein. Loll. Loll, wie soll das bitte gehen? Ach, da steht doch eine Null an der Wand. Wo? Hier. Große, fette Null. Oh shit. Oh, hier erkenn ich nix. Na, was haben wir jetzt zu erkennen? Ne, da erkennt man nix. Ja, ich kann nicht mehr sprinten. Was zum Fick. Ah, wir hatten es fast. Echt? Ja. Ja. Das, die Null ist eine Acht und das in der Mitte ist eine Drei. Ja, und wie kommt man da drauf? Hast du schon wieder nachgeguckt oder was? Ja. Was mich jetzt aber interessieren will, was bringt der Hebel da hinten? Hä? Der Hebel bringt wahrscheinlich gar nichts. Äh. Okay. Oder bringt der irgendwas? Naja. Loll, wie sehen wir die ganzen Lichter ausgange? Ne, ne, komm zurück, komm zurück. Was ist da jetzt passiert? Komm zurück. Sollst zurückkommen. Warte, was ist jetzt passiert? Nix. Achso, Leute, die Lichter sind... Dummdi-Dum-So. Okay, jetzt gehen wir mal hin. Siebzehn. Äh, siebzehn. Das heißt, äh, keine Ahnung, Velocity. Äh. Oh lol, wir sollten uns vielleicht da... Vielleicht sind da irgendwie Zahlen versteckt oder so. Du bist in die Mitte gesprungen, gell? Hä? Du... Äh, 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 lol. Lol. Hier ist... Hier ist das von... Von Elf Infinity. Lol. Geh mal zu der Tür raus. Warum? Mach einfach mal. Wo du jetzt bist. Jetzt bist du bei Elf. Hä? Also, du musst hier runter. Dann ist hinter dir eine Tür. Vielleicht ist die... Die zwei ist vielleicht wieder das... Erste. Ähm. Ähm. Ja, Janis, das war gut. Warte, bleib mal da stehen. Ja. Okay. Okay. Steht irgendwo eine Szene. Hier steht nichts. Wie fühlst du die Herzen wieder ganz auf? Slash Heal. Weil hier ist auch nichts. Boah, ich glaube, ich sterbe jetzt, wenn ich hier runter springe. Ja. Da unten ist Wasser, oder? Ich weiß nicht. Warte, 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 bevor du wieder... Ich seh's nicht. Warte, ich spring mal runter und du wartest. Ja. Da war ein bisschen da oben. Versuch mal... Versuch mal, ob das Wasser ist. Oh, warte. Ich soll's nicht herben. Kannst du hier eins runterspringen? Also hierher? Oh, leid? Nee, lieber nicht. Warte. Ja, da ist Wasser. Und hier ist ne Zahl. Hier ist die Zahl. Ach, hier geht's weiter. Das ist ne 3. Du musst runter springen. Ja, ich bin im Creative. Wo ist Wasser? Und wo ist da Wasser? Äh... Ich kann schier ans Eck springen. In der Ecke ist Wasser. Ja. Eindeutig. Und wo war hier ne Zahl? Mitten in dem Raum. Ach, die 3, oder was? Ja. Okay. Und jetzt sind wir wieder hier. Okay. Jetzt sieht's aber anders aus. Schiebt mich jetzt hier durch. Mit Heal, das dauert mir zu lang. Das Aufheilen. Was steht denn da? Ich kann's nicht erkennen. Wie weit geht es bitte? Okay, jetzt ist hier, glaub ich, Ende Gelände. Weil wenn ich jetzt hier runter springe, sterbe ich. Komm mal her. Herkomm. Ja, ich bin hier unten. Okay. Wo denn? Der ist richtig am Arsch hier. Okay. Jetzt mischt mich sehen. Okay, bleib hier stehen und Heal dich mal. Bin ich. Du musst glaub von hier durchspringen. Du musst glaub von hier durchspringen. Ich bin hier.